Hallo und herzlich Willkommen zu Toschi und Falutza auf 110. Planlos in Azeroth auf 110. Ja, planlos. Wir haben viele Pläne, aber ich glaube... Was? Wir haben Pläne? Wieso verregt mir das keiner? Mal gucken. Also der erste ist doch Eschenthaler. Ich habe die Quest noch nicht. Nee, ich muss nach Unterstadt. Ich muss sich vielleicht mal aus- und wieder einloggen. Ich habe es nämlich auch noch aus- und einloggen gekriegt, nachdem ich von der Zähne lach. Ich mach das mal eben. Das ist ein POS-Game. Entschuldige, ich frage immer die Leute im Chat jetzt auch ein bisschen. Ja, kein Problem. Ja, planlos sind wir manchmal. Aber jetzt haben wir einen Plan. Ich weiß nicht, ob der gut ist, weil ich bin einfach so unterequipped. Ein POS-Game, alles klar. Ich habe die letzten Tage sehr oft der Shakes gesehen. Der Shakes ist ja ein Zeichner für WoW oder beziehungsweise so Comics-Dinger. Shakes und Fidget. Und Shakes hat am 22. Juli... Nee, am 8. Juli haben die ein Pen & Paper weitergeführt, was ich total gut finde. Ein Rollenspiel. Einfach am Tisch sitzen und reden. Und gefilmt. Ein Piratenkostüm. Und Bier. Und Bier hatten die auch in Wein und so. Ja. Das war eigentlich das eigentliche Thema bei sowas. Nee, das war total gut. Mir macht sowas Spaß. Ich finde Shakes ist nicht so mein Lieblingscharakter wahr, aber... So, ich spring schon mal nach Unterstadt. Ja, musst du unbedingt. Muss mal ausprobieren. Also guck dir das vielleicht mal an. Der Shakes heißt der Kanal auf Twitch. Ist halt eh nicht lang. Ich glaube, die spielen da 8 Stunden oder so. Eine Folge. Naja, man kann auch in anderen Rollenspiele machen. Ja. Ich glaube, das meinte sie nicht. Ich wollte bloß anmerken, dass man auch andere Rollenspiele machen kann. Kamera aus. Rot wert. Du hast ja nicht mal eine. Ja, das ist auch gut so. Vorteil, ne? Ja. Ja. Ich kann auch auf die Straße gehen, ohne dass 1000 Fans ein Autogramm von mir wollen. Ja, ich gehe einfach nicht auf die Straße. Ja, das ist natürlich auch clever. Ja. Auf die Idee hätte ich auch mal kommen sollen. So, ja, ich stehe hier in Unterstadt denn vor dem Eingang zu Lady Sylvanas Domizil. Hm, ich joine gleich. Ich bin unterwegs. Ja. Ich bin nur gespannt, also ich bin wirklich so gnadenlos unterequipped. Ich habe hier einen Begleiter mit. So, der Stunti immer mal. Ja, das wird in der Dunkelküste, glaube ich, nicht mehr funktionieren, oder? Ich glaube, das funktioniert, weil die leveln da auch. Aha, okay. Die bekommen da auf jeden Fall, hatte ich die Nachricht, der und der Begleiter ist jetzt irgendwie, hat null Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Ähm. Ich habe sogar bei meinen Tokens eine Hose bekommen, die war neunmal aufgewertet. Aha. Die ist 225, du bist vorbeigeflogen. Ja, ich, das ist hier öfter mal so, ach da. Das Ding, ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Come on, come on. Aber das wäre echt cool, wenn wir vielleicht heute noch zu viert oder fünf was machen können. Ähm. Also. Ich weiß nicht, ob Lukas, wenn du da Lust drauf hast, Lukas. Ähm. Du hast aber gar keine Zeit heute, oder? Später. Jetzt mal ganz abhängig davon, dass du keinen Account hast. Aber, wenn du einen hättest. Äh, diese Geschichte kenne ich bereits, mache ich. Und deine wird eh geschnitten von mir. Puh. Ich weiß nicht. Oder? Walfurio, Sturmgrim muss sterben, alles klar. Äh. Cord Controller, hören Sie mich? Wir haben hier phasing oder was? Warte doch mal eben. Warte mal eben ganz kurz, ich habe eine Idee. ich bin wer ich bin ich bin einfach schon weiter ich bin einfach schon im eschenthal ich bist da so schnell hingekommen diese geschichte kann ich bereits habe ich hingekriegt welches glück soll dieser flug bringen ich habe das andere genommen ich war das zum ersten mal gespielt ich war so traurig ach du bist ja schon ja aber jetzt nicht den anfang irgendwie übersprungen ganz möglich ja das war nicht nur noch da oben das war nicht das was ich eigentlich wollte aber okay aber du siehst ja hier 210er umhang zum beispiel schon mal über 200 handgelenk sie braucht das alles schade ich hätte das wohl gern noch einmal von vorne gemacht aber egal ich wusste auch nicht wo wir landen ich dachte ehrlich gesagt dass wir im nördlichen brachland landen tja naja egal ich sagte die videos hätten die geschnitten bei youtube weiß ich nicht ist nicht dein einhalt so das ist ein elementar aus reinem azerin cool aber zerstört ihn wir brauchen das azerin das ist boku das ist boku so da er ist aber schon eine menge auf ich muss überhaupt nichts machen das warme was du verspürst ist der sommer nicht weil ich mich eingepieselt habe das brauchst du wohl nicht mehr es gab jetzt auf jeden fall einen rücken super ich würde auch rücken bekommen wenn ich auf meinem rücken seise was macht denn der schöne lukas hier ich hab dir noch nichts schreiben sehen ich hätte jetzt vorgeschlagen dass ich lukas vielleicht ein bisschen was zum account gebe oder so wirst du einfach hier reaktiviert ich hab ganz zufällig nämlich noch einen Karten zu werden aber wenn er nicht da ist wir müssen hier irgendwas machen mit denen oder? ja ja kommt zu mir fängst du die alle ein da oder was? ja versuche ich zumindest das geht ab das fällt sofort wieder ja jetzt haben wir noch ein paar oder? zehn brauchen wir und wir haben vor allem müssen wir eine sache machen ich mach das mit dem der törten mit dem he-lo-hello oh ich hätte jetzt gern ein bisschen Musik ja ich hab nur ein bisschen Spiel die andere aber tun nicht nur noch kein bisschen ich bin nicht gut und Weihnachten das war an der PokstLind Christmas Song ja irgendwie alte äh ich habe eine alte Testplatte gefunden Wechselflussplatte Ein Irrisch Ein Nichtverpackthof Wir sind doch zweigfest übereinander hier oder? Das weiß ich nicht Was haben wir jetzt noch? Geisterbrocken 2 Geister Genau Sieht ja auch cool aus, wie der den führt da Das ist einfach für schöne Gefühle, dass wir irgendwie Wenn man etwas kaltes denkt, ist ziemlich zu heiß Alle Hilfe So, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ja Er saugt mit Blut aus, hier Super, das hat jetzt natürlich nichts gerissen, aber Weihnachten bei 39 Grad im Süden Was? Weihnachten bei 39 Grad? Das ist ja furchtbar Das ist ja großartig Äh, das war ja nur wegen des Vokesleafs, glaube ich Jetzt kommt noch die Biersche hier, was sollen wir mit dem machen? Das weiß ich nicht, aber wie viel Ruiden 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 und Fleischen Und das geht auch schnell hier, sieben Stück schon Und da war's vorbei mit dem schnellen Ja Irgendwie, keine Mops mehr Ja, aber ich hab da noch ein Bier gehabt Aber, 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 aber Die Teshu, die macht das immer alles Die Teshu, die macht das immer alles Das ist nicht täuschen, ich hab' Teshu Wenn man im Süden ist, ja, für jeden Fall Ja, dann geht das von Fahle Fiech, aber die war mit dem Süden Also Fahle ist ja auch völlig in der Reine Ja, ich bin fällig, aber ich bin völlig offen gegen die Informatoren 13 von 15 10 Ich mag das lieber, wenn man so klein ist, dann kann man besser die Umgebung sehen Ah, wo bin ich denn reingelatscht? Dann passt man wieder hier, durch keine Türen, die Bäume sind immer im Weg Ja, ich bin im Norden, aber ich glaub' Timo ist auch hier Der klingt so, im Dialekt So Fleisch haben wir, brauchen wir jetzt noch hier Doiden oder was? Ja, wir brauchen noch Doiden Ja, so ein paar Doiden auf Eis legen, das wär' schon was Oh, 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 das sieht nach Doiden aus Hast du da was dabei, nee? Pass vor, wie fast dabei Ich hab' immer nur Stabs dabei Ja Stabs habe ich dabei Ich bin der Orte stand uns bei Ach so Äh, nee, das war ich nicht Hier ist noch ein Druiden gewesen Ich dachte, der ist da unten gerade Oh ja, den... ich hab' da auch einen Ich bock' den gerade ein bisschen mit meiner Hand auf die Ähm Tja, äh, gut Schiff Aber Acht hab' ich nicht, glaub' ich Nooo Das war der Letzte Ich flieg' Okay Einen haben wir ja noch Ja Wie hoch ist denn fünfmal aufgewertet? Äh, fünfmal aufgewertet sind 25 Stufen Boah Also 225, oder was muss man dann? Nee 235? Nee, die unbefleckten Tokens, die sind 180, das Ding ist neunmal aufgewertet Also Maximum Meine Hose Oder wovon reden wir jetzt? Von meiner Unterhose Meine Unterhose Meine Unterhose ist immer neunmal aufgewertet Es hat aber gedauert, bis du hier gelandet bist Da musst du noch... ich mach' den Pulverfässer Du, einen Sprengstoff Verteidiger Du, da ist noch ein Verteidiger Würden wir gerne irrigieren, Leute Ja, ich wollte nur wissen, von welchen Basiswert ich ausgeben muss, wenn du das nicht 5 Mal aufwerte 5 Mal 180 ist dein Basiswert Ja, bei den Tonkunden sind ja 5 mal 5 drauf 205 Ne, 9 mal 5 sind 45, sind 225 ja Lend, 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 lend Tt, 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 tt Geh weg, Ali! Geh weg, Ali! Hört er nicht, oder was? Nö, hört er nicht. Akira, hör mal! Ich versteh' er nicht. Kuruzawa! Fünfmal aufgewertet ist fünfmal aufgewertet. Das klingt zu logisch, das kann nicht stimmen. Ja, das ist Fantasy hier. Oh, ein bisschen weit läuft. Drei von acht. Pulverfässer, oh, ich bin jetzt langsam. Irgendwer schießt, glaub ich, noch nicht. Die Ali ist. Der Ali, den du vertrieben hast. Ja, das ist hier irgendwie nicht gerade so mein Hobby. Was ist das hier nicht? Nicht mein Lieblingsding hier. Wir wollen da Wasser ein bisschen blub, blub. Auch noch Wasserscheu. Ich will das nicht, aber... Die sind alles so weit verstreut, weißt du? Friendly Fire ist das hier. Ja, stimmt. Wir waren das mal auf der Seite. Ja, stimmt. Das ist cool der Getränk. Äh... Wo war denn hier der Sprengstoff? Scheiße. Wie, es gibt Sprengstoff? Brauchen wir noch Sprengstoff? Äh, zwei noch. Wo ist all der Sprengstoff hin? Wann ergab das Bombe keinen Sinn? Oh, literarische Ergüsse hier. Ja, jetzt noch die Musik dazu. Es sind nur zwei Verteidiger. Oh, und ich werde verfolgt. Das Monster Hunter kenne ich nicht. Äh, Monster Hunter? Ne, hab ich nicht gespielt. Aber halt... Da kannst du ja auch so Monster im Prinzip für sich gewinnen. Oder? Ich weiß, ich habe Spielszenen gesehen, da sahen die einfach riesig aus, die Monster. Äh... Okay, ich brauche noch zwei Sprengstoffe. Müssen wir die einzeln machen? Nein, eins noch. Nein, ich brauche noch zwei. Und ja, wir müssen sie wohl einzeln machen, wie sie aussieht. Oh, gemein. Ja, denke ich auch grad so. Vor allen Dingen gemein, dass ich das nicht geschnallt habe. Voll doof. Geh weg, mein Sprengstoff! Mein Sprengstoff! Geh weg, geh weg! Schade, dass ich kein Priester bin. Oh, das hat gezählt. Ja, siehste. Da war ich vorhin nicht in Range oder so. Ja. Gut, aber dann haben wir das hier ein wenig. Ja. Wir machen noch eben den Rest hier. Aha, du flickst mich also nicht mehr? Doch, doch, doch. Oh, mein Mann. Sauerfang. Ja. Malphurion Sturmgrimm muss sterben. Ja, und genau da sag ich nee. Ich sag dir auch. Ja. Ja, das glaub ich dir. Aber ich als Druide? Hm. Du brauchst einen Rasierer als Druide. Warum? Damit der Popo rasiert werden kann. Ich sag doch nicht. Das ist nicht die Zeit für Höflichkeit. Alles brennt. Okay. So. Hier machen wir jetzt auch Stress. Genau, hier machen wir B4. Ich fang an mit den... Ich fang an mit den... Ich steig mal lieber ab, bevor das so nix hört. Sieht das? Das bleibt ja an der Brücke hängen. Ich glaub's ja gar nicht. Genau, das war mir der riesigen Mord. Ich dachte, dass man die auch unternehmen könnte. Oder auch für dich. Ich glaub, dass du das gespielt haben... Wie hoch hast du das denn gespielt? Ach, dann will der mal nen Stiefel aus, tu? Wer denn? Ach, wie ist den Boss denn? Genau, der Name, den wir machen müssen. Komm, komm, komm. Jetzt bist du zu spät. Sag jetzt nicht, der hat nicht für dich gezählt. Dann hau ich dir eine rein. Warum haust du nicht hier? Hau mir nochmal eine rein. Muss ich echt? Warte, warte, flieg dich. Hat der gezählt oder hat er nicht gezählt? Ja, erzähl. Da müssen wir sie... Obwohl Ariel, das könnte auch ein Mann sein. Du hast Ariel umgeklatscht? Du? Ich hab Ariel umgeklatscht. Wieso sagt mir das keiner? Wie ist der andere? Aber ich mochte doch Ariel. Das war einmal. Unter der Flamme. Ich bin Bastian. Ich bin Bastian. Was ist das? so meine ich das auch das geht doch die ganze Hand hat Pokémon die Wege büßen wir nochmal mit allen an wir brauchen noch 2 wieso bleibt die Alte da stehen und kommt nicht zu mir das ist auf jeden Fall erledigt hier aber wir kommen nicht aus dem Kampf was hast du wieder angefasst was du nicht anfassen solltest ich würbel hier einfach Umgebungstiere einfach mitnehmen so dann geh ich mal hier eine große Runde und bin aus dem Kampf mach's gut du Idiot ich bin auch aus dem Kampf was nein das darf nicht sein was müssen wir denn hier noch machen Zivilisten in Sicherheit gebracht wieso bringen wir denn Zivilisten in Sicherheit vor allen Dingen war das mein Objective das hab ich vergessen wieso was wir Allianz Zivilisten Weiß ich nicht was Silvanas da reitet äh da komm ich nicht drauf klar was tot allen Lebenden sag ich nur Gehorch einfach fehlen noch welche nö ich diene der Horde oh Reitier 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 ja hattest du aber nicht nein ich hatte den noch nicht nein echt Reitier ich hab das heute noch nicht nein ich hab das noch nicht gemacht also den ersten Teil den hab ich gemacht aber den zweiten Teil hab ich noch nicht gemacht ja trotzdem ärgerlich das hättest du natürlich gerne jetzt mit ist mir wurscht jetzt hast du es ne noch nicht ich finde das ganz cool das ist halt das Demon Hunter Klassenmord ne nur ist halt anders ja jetzt stirb mal Furion stirb der Kriegshäuptling stellt sich Sturmgrimm allein ich muss ja Sauerfang ja Sauerfang gut gemacht ein wehrloser Schlag ich schäme mich grundlos das habt ihr gut gemacht ich hätte mich nicht einmischen dürfen mein Sieg stand nie in Frage er hätte nur meine Zeit verschwendet setzt ihm ein Ende nehmt euch einen Moment wenn ihr müsst und dann schneidet ihm den Kopf ab trefft mich am Weltenbaum was anderes tocken ihr habt die Horde im Dienste des Dorf geführt ja zack mit uns W.O.W. diesen Tag bereut ihr noch Padkämpfer hab ich dir schon gezeigt Malfurion nein ihr habt ihn nicht getötet Ork warum es gibt auch noch nicht mein Angriff war ehrlos sein Kopf stand mir nicht zu dieser ganze Krieg ist ehrlos wie könnt ihr es wagen so viel unschuldiges Blut zu vergießen für nichts nicht für nichts wir vergießen Blut damit die Horde fortbesteht ihr habt Malfurion verschont also lasse ich euch die Wahl auf jeden Fall einen coolen Bogen auch ich nehme ihn mit versucht mich aufzuhalten und sterbt oder bleibt dort hocken im Dreck und lebt auch ihr habt die Wahl ihr bringt ihn nach Darmassus und sterbt beide wenn wir es erobern oder flieht soweit ihr nur könnt wie gesagt die Inhalte kannst du auch Solo spielen hab ich dir auch überlegt ob ich jetzt erstmal zum neuen Addon-Ur-Quest bin wir folgen unserem Kriegshäuptling zum Sieg Hallo Falutze Tschüss Tyranne Tschüss Malfurion Feiglinge 210er Handschuhe Wow was was dort denn überhaupt hier in in den niedrigen Sachen Was? in den niedrigen Browser und so das weiß ich nicht Azzerot was denn was zu mir ist Browser hab ich keinen Bock mehr echt nicht? Ich heile da wohl mal machst du einfach TD Wir sind die Verlassenen wir töten jeden der uns im Weg steht da lass ich dich auch allein Oh! Cinematic! Jetzt wird mein Video wieder geschnitten oder ich muss dazwischen durchsingen halala Wenn das zu lange ohne andere Einflüsse ist genau so sieht's aus denn jetzt sagen sie auch hier Urheber Urheber Das muss man da so schön sein Sicher den Strand Bereitmachen zur Invasion des Baums Ich lass es bei mir auch mal hier laufen Warum? Ihr habt doch schon gewonnen Im Baum sind nur Unschuldige Das muss ich bestimmt rausschneiden da bin ich mir ganz sicher Nein So wie ich Blizzard kenn Das ist Hass Zorn Windläufer Ihr wart eine Verteidigerin eures Volkes Erinnert ihr euch nicht? Ich erinnere mich an eine Nerin Nehmt sie! Lauft! Nehmt sie! Ah! 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 Leben ist Schmerz Hoffnung stirbt Jetzt versteht ihr Oh, weint nicht. Ihr werdet bald bei euren Lieben sein. Ich weine um euch. Ihr habt euch das Leben zum Feind gemacht. Und diesen Krieg gewinnt ihr nie. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach, nein. Verbrennt ihn. Verbrennt ihn! Verbrennt ihn! Das war's für heute. Dem Feind mit einem Streich sein Zuhause und seine Anführer nehmen. Eine Wunde schlagen, an der die Allianz verblühtet ist. Wir waren nur zum Teil erfolgreich. Die Allianz wird sich rächen. Den Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Die Grafik weiß ich nicht. Ich bin nicht so überzeugt von dieser Grafik. Hier, komm, Trab an. Hier, Katastrophentourismus hier. Komm, Thumbnail. Komm, 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 komm. Oh, ja, genau. Oh, ja, hier, warte mal. Where are you? Hier sind so viele. Ne, stehe jetzt hier davor, oder? Du musst ja jetzt zu mir kommen, ja. Traber. an der Küste die Kresse vom Baumbauküste Baumanifestet 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 Barum diesen Transmog und Ors das ist Prozent die Pippen 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 Brüder ist ja das war ich mir heute stellen wir glaube ich stellte mir auf die andere Seite Kanzler auch besser hören ich höre ich zum Besten nein das Gehreit es geht wegen der drüben Leiche die sonst voll im Bild er auch die die Schatten von dem Komischen Verblieben und guck mal ein bisschen mehr nach links kannst du ein bisschen dein gesicht bedecken oder so das ist ein bisschen hässlich aber ok und jetzt bedeckt dein gesicht zieh dich wieder an wobei ich muss noch mal kurz bewegt dich nicht tu gar nichts muss man kurz eben meine einstellung der fels namen freundliche spieler aus dankeschön das war's was die denn da für schultern die machen extra schaden oder was wir driften übrigens was wo wie 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 das wasser drifte ich glaube das bier driftet in deinem gehirn ich hab noch gar keinen zumal so noch ein bisschen passel fies machen ach jetzt noch mal passel fies und hier mit filter und so was das kann ich doch nicht erst mal ein paar tentakel in raum schmeißen jetzt machst du mir mein selfie kaputt mach ich doch gar nicht schön guck mal nur meine hälfte neno der brennt nicht ewig der baum äh ich will nicht oh deine scheiße tage der brennt nicht ewig der baum ich glaube heute nacht brennt er noch meine fresse ey warte vielleicht jetzt hier mal ein bisschen ok ich muss hier raus dann muss ich mich hier so ein bisschen so links hinstellen nochmal selfie oder kann ich den es ist zu weit links ich muss mich näher wieder da hindrehen und nochmal selfie es gibt noch eine quest für einen rumhang aber läuft noch ein tag wir haben ja auch ein 2x10er das war so nicht so ich glaube das ist genug selfies hier ach schön ja ist wie ein osterfeuer ne bist zufriedengestellt hier ist wie ein osterfeuer hier mit einem schönen Bratwurststand noch ja wollt ihr die quest noch machen oder ist mir wurscht mir auch brauchen wir nicht unbedingt aber was machen wir dann ich würde ja LFR anmelden ne LFR gehe ich nicht habe ich keinen bock drauf was denn wie lange läuft meine Aufgabe muss mal gucken 36 Minuten sonst stoppen später weitermachen oder naja wir haben ja jetzt erstmal was gemacht ist aber schön ja wo fliegst du mich jetzt eigentlich hin 109 ist das schon mal wo fliegst du mich jetzt eigentlich hin 107 dachte ich ok ne Frage ich anders ne Frage ich anders was ist dort ich bin ein Petsamer ich bin Level 6 du willst dich also quasi endlich mal mit einem gleichstarken anlegen aber was haben wir in Deutschland meint ich gar nicht einmal bitte lachen im Chat ha 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 vorhin habe ich mich voll verflogen es kommt bei dir auch so selten vor sag mal sag mal alles klar das ist so wie der Städter und Waldorf oder was ich brauch gleich erstmal nen Allstar oder so also ich melde mich dann für nen LFR an Deckung ja der macht das was darf ich denn ich muss das nicht machen ich muss das nicht machen ja hast aber lass uns doch was zusammen machen wenn wir kommen oh ne ich muss ich muss heute unbedingt nichts mehr machen eigentlich ich habe ja heute Nachmittag so Gas gegeben und ich habe wie die Token allein alle Token zu öffnen hat ne Stunde gedauert echt? ja das waren über 200 Stück knack knack hast du ne Antwort von Tanja bekommen? äh weil wenn Tanja und Zorc zum Beispiel dabei wären dann könnte man auch schön irgendwie was machen äh ne habe ich nicht hab ich nicht bekommen gut wo lass ich dich denn raus? hier? mitten in der Pampa wahrscheinlich hier oben ist so ne Plattform wow was ist denn das überhaupt hier? das ist die Meisterklebe oder so so auch neu äh das ist hier irgendwie so ein leeren Ding und da ist steckt doch oben ne riesengroße Klebe drin guck mal ein Dolch was das sein soll oh das macht Kopfschmerzen wo führt der Gang hin? warte welcher Gang ja das ist hier quasi wenn ich dachte vielleicht nach drinnen oder so ne 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 dann geht's auch gut dann sehen wir uns später oder morgen halt oder was ja ich muss hier zum Beispiel noch was machen ich bin bisschen durch ey das ist auch ganz schön heiß hier ich weiß gar nicht hier äh Lunaya äh wie viel Grad Lunaya hat an alle aber ich schaffe immer hier über die 35 ne seit ich im äußersten Südwesten ach nein ach nein jetzt verstehe ich den ganzen oh 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 wie mein Flugpunkt ist weg wo ich dich hinfliegen wollte also an der Dunkelküche an der Dunkelküche hat mir noch nie ein Flugpunkt doch warte mal doch da noch also ich kann mich wo am Strand das ist aber nicht dunkel ah doch ein bisschen weiter genau das ist nicht Dunkelküche das ist Eschenthal ok ich dachte schon immer hier alles kaputt zu viele gerade wie zu viele zu viele gerade äh Temperatur gerade es ist einfach nur schweine heiß hier ich hab das Empfinden also früher war als kleines Kind hab ich immer geglaubt dass wenn es regnet dass dann der liebe Gott am pinkeln ist und dann wollte ich nicht rausgehen klingt klingt nachvollziehbar ja und momentan fühlt sich einfach die Wärme so an als ob mir der liebe Gott die ganze Zeit in die Fresse pisst furchtbar als wenn er es wirklich macht ne ja furchtbar ekelhaft egal was du machst er kommt zu seinem Recht ja so dann bin ich hier in Drino hier hey guck mal ich bin hier in meiner Garni und das schneit hier und ich bin so neidisch auf meinen Charakter weil es schneit also ich sag ja Winterlieder müssen wir spielen Winterlieder ja und den Grog müssen wir rausholen ja wenn der Schmerzmann nur kurz wäre aber er ist ja durch die Hitze ewig lang erinnere mich daran nie wieder Lötkolbenwitze zu machen ne lass mal du ah Pad Battle alles klar Zeit zum abschalten ne auf jeden Fall auf jeden Fall jetzt ist wieder soweit wobei ihr könnt ja spannend werden ne das ist Level 6 also gleiches Niveau wie du also ja Level 25 ist grad auf dem Platz hier ja wir können knapp werden so aber ich habe ein bisschen Gold gemacht vielleicht kann ich mir jetzt mal die Traditionsrüstung äh Transmon äh äh kriegt man die automatisch? nein dazu musst du äh dazu wirst du zum Hochberg zurückgerufen genau das was hier so einmal Hochberg und Traditionsrüstung abholen ja 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 ich sing das auch gleich ja Traditionsrüstung gemockt gemockt aber Level müssen wir ja jetzt nicht mehr unsere Charaktere ne erstmal nicht 15 Tagen wieder in 10 Tagen oder sowas also ich werde jetzt äh versuchen noch äh Zonen durchzuquesten ähm halt für äh ja Vorlagen Artefaktvorlagen immer noch einfach ich versuche ein bisschen Equip zu bekommen und dann einfach ein bisschen Innies zu machen oder sowas einfach Spaß zu machen ja Innies muss ich dann auch nochmal machen irgendwie auf HC ja ich habe auch ein paar Aufträge ja die habe ich noch nicht für Indy und Alchi die habe ich noch nicht dann muss ich halt erst noch äh durchspielen also ich habe die auch nur für die Berufe ja es gibt ja auch halt noch die Säulen der Schicksal äh Schicksalsschöpfung? Säulen der Schöpfung Säulen der Schöpfung äh oh Lunaya singt schon hier Last Christmas I give you my heart ich weiß nicht ob es dir hilft wird es dir schon kalt? nein ich weiß nicht wie war das hierbei? oh Taschenfehler was gibt es denn noch? oder wir können ja auch hier East 17 mit let it rain wer kennt noch East 17? East 17 kann ich aber nicht mit little green oder was? let it rain let it rain let it rain naja ok alter Schwede hast du hier keine Lalla an oder was? ich nicht ne hatte ich vorher verluze dann äh verlasse ich mal die Gruppe und mach mal hier ne? ja äh ich melde mich mal für ein Dunkelstamm an mal sehen was da passiert und ich glaube dass man hier wird einfach spinnt dann und ich werde mal meine Aufnahme beenden also das war's kurzes Toschi und Falutze und die letzten Worte gehören an dieser Stelle jetzt Toschi bis zu meinem Ciao Ciao ja ich freue mich wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und es wird wohl bald sein hoffe ich zumindest also ich denke vielleicht morgen schon oder für euch gleich alles klar Ciao 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 Ciao